Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Anja Hagemann und bin Malerin, lebe in Paris und dieser Kanal ist für euch, wenn ihr Lust habt, mehr über den kreativen Schaffensprozess zu erfahren. Was gehört alles dazu, wenn man ein Bild malt? Ja, ich möchte euch heute von ganzem Herzen ein schönes neues Jahr wünschen und besonders eine Sache, inspirierende Überraschung. Der Bildhauer und Maler Giacometti hat sein ganzes Leben lang immer die gleichen Personen porträtiert. Besonders seine Mutter und sein Bruder Diego. Und er sagte einmal, das größte Abenteuer ist es, immer wieder etwas Unverhofftes, Neues in einem gleichen Gesicht zu entdecken. Das ist ein viel größeres Abenteuer, als in andere Städte zu reisen, die Welt zu entdecken. Ja, und das wünsche ich euch, dass ihr euch vielleicht auch selber überrascht Sachen tut, die ihr nicht von euch gedacht hättet. Und ich habe auch eine Überraschung für euch. Ihr könnt etwas gewinnen. Ich sage euch natürlich nicht was, es ist ja keine Überraschung, weil ich verspreche, es ist was Tolles. Und zwar braucht ihr dazu nur einen Vorsatz, der euch wirklich wichtig ist für das neue Jahr. Einen guten Vorsatz, den ihr habt, unter dieses Video zu schreiben. Und ja, einer meiner Vorsätze ist, ich würde gerne den Monat Januar 250 Abonnenten haben. Also leitet gerne dieses Video weiter. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und ein wunderschönes Jahr 2022. Vorher glaube ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.